Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal von Vermeerskaya gegen Raufnoje mit. Was ist das? Ich glaube das Artgut ist das. Er kommt ja eh nochmal in den Titel was das ist. Viel Spaß mit dem Video. So ist das gut. Das ist ja nur die 360- optimal ist. Wir Teamsil an. Wird moment, dass ein Video mehr oder so sein kann. Dannert ihr noch deinen Ich까el in den Titel los klatschen dich, Até schon Pause. Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt geht die Fahrt los, mit 28,9 Tonnen, Saatgut. Und jetzt geht die Fahrt los. 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 Das war es auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ciao.